Man sieht es auf den ersten Blick. Das eSpring Wasserfiltersystem liefert Wasser, das sauber, frisch und klar ist. eSpring ist das erste Haushaltswasserfiltersystem, das auf einer Kombination aus patentiertem Aktivkohleblockfilter und UV-Lichttechnologie basiert. Somit kann es den Gehalt an eventuell in Ihrem Trinkwasser befindlichen gesundheitsschädlichen Stoffen signifikant reduzieren und Mikroorganismen abtöten. Es ist einfach zu demonstrieren, wie eSpring die Klarheit des Wassers verbessert, unangenehme Gerüche beseitigt, Partikel entfernt und potenziell gefährliche Mikroorganismen abtötet. Damit Sie genau sehen können, wie der eSpring Wasserfilter funktioniert, werden wir die verschiedenen Demonstrationen mit dieser Testeinheit, die ein transparentes Gehäuse hat, durchführen. Es gibt organische Chemikalien, wie Pestizide und Desinfektionsmittel, die wasserlöslich sind oder sich komplett mit Wasser verbinden, sodass man sie im Leitungswasser weder sehen, schmecken noch riechen kann. Für die folgende Demonstration verwenden wir eine harmlose organische Chemikalie, rote Lebensmittelfarbe, stellvertretend für hunderte von geschmackslosen, unsichtbaren Chemikalien, die sich eventuell im Leitungswasser befinden. Zuerst füllen wir ein Glas mit dem Wasser, das wir zuvor mit roter Lebensmittelfarbe verunreinigt haben. Dieses Glas wird uns später zum Vergleich dienen. Danach gießen wir den Rest des verunreinigten Wassers in das eSpring Wasserfiltersystem, bauen das Gerät wieder zusammen und stecken es ein. Und wie Sie sehen, filtert eSpring den organischen Schadstoff sofort heraus. Glas für Glas für Glas. Das Ergebnis, frisches eSpring Wasser. Häufig wird Leitungswasser mit Chlor behandelt. Chlor ist zwar generell nicht gesundheitsgefährdend, es trägt aber zur Entstehung von Desinfektionsnebenprodukten bei, die dem Leitungswasser eventuell einen unangenehmen Geruch verleihen. Zumeist enthält das behandelte Wasser nur wenig Chlor. Zum Zweck unserer Demonstration fügen wir Chlorbleicher zu, damit es richtig stark riecht. OTO ist eine sensible Chlornachweisschemikalie, die durch deutliche Gelbfärbung anzeigt, ob Chlor vorliegt. Wir werden dieses Glas jetzt als Referenz zur Seite stellen. Im nächsten Schritt gießen wir das mit Chlor verunreinigte Wasser in das eSpring Wasserfiltersystem. eSpring filtert das Chlor sofort heraus. Glas für Glas für Glas. Der unangenehme Geruch wird wirkungsvoll beseitigt. Jetzt nehmen wir die OTO-Lösung und prüfen, ob noch Spuren von Chlor enthalten sind. Nicht einmal ein Hauch von Farbe. Und das vom ersten bis zum letzten Glas. eSpring liefert uns also einwandfrei sauberes Trinkwasser mit angenehm frischem Geruch. Bei dieser Demonstration setzen wir Staub ein, der speziell für Labortests entwickelt wurde. Dieser Staub soll die winzigen Partikel im Leitungswasser darstellen, die eine Vielzahl an Gesundheitsrisiken bergen können. Wir werden zu Vergleichszwecken ein Glas mit dem verunreinigten Wasser füllen und den Rest des Wassers in den eSpring Filter gießen. Wir sehen, wie die Partikel mit dem eSpring Aktivkohleblockfilter effizient entfernt werden. Einwandfrei klares Wasser, dank eSpring. Und ganz wichtig, dank der ausgereiften eSpring-Technologie bleiben wertvolle Mineralien wie Calcium und Magnesium erhalten. Sowohl Brunnenwasser als auch im Wasserwerk aufbereitete Leitungswasser können unerwünschte lebende Organismen enthalten, Bakterien und Viren. Sie haben nun gesehen, wie der eSpring Aktivkohleblockfilter verunreinigungen wirkungsvoll aus dem Trinkwasser entfernt. In Kombination mit UV-Licht eliminiert eSpring über 99,99 Prozent der im Wasser befindlichen potenziell krankheitserregenden Bakterien und Viren und schenkt Ihnen und Ihrer Familie klares und frisches Wasser. Es ist also einfach zu erkennen und zu demonstrieren, dass das eSpring Wasserfiltersystem sauberes, frisches und klares Wasser liefert. Untertitelung des ZDF, 2020